Der Parallelismus ist eine Stilfigur, die durch parallele Syntax entsteht. H, zwei aufeinanderfolgende gleiche Satzarten oder Teilsätze haben dieselbe Abfolge ihrer Satzglieder. Zusätzliche wörtliche Wiederholungen verstärken oft den Eindruck der Parallelität, sind aber nicht zwingend notwendig. Der Parallelismus kann eine tautologische oder antithetische Funktion haben. Er findet sich als Gestaltungsprinzip sowohl in der antiken Poesie als auch in der modernen Dichtung. Beispiele für Parallelismen Bibel, denn Reden bringt Ehre, aber Reden bringt auch Schande. Bibel, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Punkt. Erich Kästner, sie hören weit, sie sehen fern. Die Nacht ist dunkel, der Tag ist hell. Ich bin schön, du bist hässlich. Ich bin reich, du bist arm. Punkt. Heinrich Heine, das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht. Punkt. Der Parallelismus in biblischen Texten Der Parallelismus ist ein sehr häufig anzutreffendes Stilmittel in den poetischen Texten des Alten Testamentes. Diesem Stilmittel ist es zu verdanken, dass einige wegen Textentstellung Abschreibfehlern usw. Schwer zu Übersetzende stellen doch ziemlich sicher erkannt werden können. Da der erhaltene parallele Teil des Verses eindeutige Rückschlüsse auf den verdorbenen Teil des Textes zulässt. Das Besondere beim Parallelismus in den hebräischen Schriften aus der Bibel ist, dass er weniger von einem Lautreim abhängig ist, sondern der Inhalt wichtig ist. Das ist ein Vorteil beim Übersetzen der Texte in eine andere Sprache. Beim synonymen Parallelismus gibt die zweite Zeile denselben Sinn der ersten mit anderen Worten wieder. Satzteile im ersten Satz haben damit unmittelbar Entsprechungen. Hier im Beispiel. Das Gesetz Javis entspricht, das Zeugnis Javis. Vollkommen entspricht zuverlässig und erquickt die Seele entspricht machtweise den Einfältigen. Beim synthetischen Parallelismus wird die Aussage im ersten Satz mit dem zweiten vereinigt. Das Ergebnis ist eine neue Aussage. Hier im Beispiel ist es eine Antwort auf eine Frage. Beim antithetischen Parallelismus steht die Aussage im ersten Satz mit der zweiten Aussage gegenteilig da. Im Beispiel. Erster Satz, Zustand der Vergangenheit. Zweiter Satz, Zustand der Gegenwart. Im weiteren Sinn ist der Parallelismus das Äquivalenzprinzip in Lautung, Bedeutung und Konstruktion. Er äußert sich in der rhythmischen Wiederholung betonter und unbetonter Silben in wiederkehrend gleicher Silbenzahl im Reim. Gleichklang und entfaltet seine Wirksamkeit Z. B in der Symmetrie von Metapher und nicht metaphorischem Ausdruck. Siehe auch. Liste rhetorischer Stilmittel. Endiadioin. Endiadioin. Vielen Dank.